Hallöchen ihr Lieben seiner neuen Folge von Turtle Head. Die Frage aller Fragen ist, geht es Mason gut? Also gut geht es ihm nicht, aber ist er noch am Leben oder ist er nur verletzt? Das sieht ja nicht so gut aus. Mason bewegt sich nicht. Oh nein, es tut mir so leid. Da ist ein Schlüssel auf dem Tisch. Klassenzimmerschlüssel mitgenommen. Ah, okay, ein Erste-Hilfe-Kasten an der Wand. Was? Momentan kannst du nicht viel damit machen? Hallo? Da ungefähr drei Meter weiter liegt ein Verletzter. Das ist ja mal geil. Ah, super, eine Taschenlampe. Da ist aber keine Batterie drin. Kein Grund sie mitzunehmen, du hast Batterien. Da sind ein paar Stifte und Papiere in den Schubladen. Ich probiere gleich mal, ob wir die Batterie damit verwenden können. Nichts außer medizinischen Akten. Du brauchst nichts von hier. Mal gucken, ob das geht. Battery? Okay, ich würde jetzt leider vermuten, dass das ein Bug ist. Das ergibt doch gar keinen Sinn, dass sie das nicht nimmt. Ach, zwei Batteries. Alles klar. Okay, ich habe mich schon gewundert. Gut, dann fehlt uns also noch eine zweite Battery. Und trotz allem finde ich es völlig unlogisch, dass sie nicht das Ding da von der Wand nimmt. Oh mein Gott. Der arme Junge, ey. Lässt ihn einfach da liegen. Okay, jetzt schauen wir natürlich mal. Harriet, Gott sei Dank geht es dir gut. Du hast ihn gesehen, richtig? Der Mann mit der Maske? Und was er Mason angetan hat. Wir müssen hier raus und zwar sofort. Was? Der Ausgang ist versiegelt? Was sollen wir denn dann... Hä? Du suchst nach einem anderen Ausweg? Aber dieser Mann wandert hier immer noch umher. Es ist zu gefährlich. Aber ich schätze, wir können nichts dagegen tun. Es tut mir leid. Ich möchte dich ja begleiten, aber ich habe zu viel Angst, da wieder rauszugehen. Ich werde mich hier drin verstecken, während du versuchst, einen Weg aus dem Gebäude zu finden. Das ist ja mal toll. Du Heldin. Okay, nichts Besonderes. Computerlab-Etikette. Bitte still sein. Und respektiert die Arbeit der anderen. So, wir gucken natürlich an allem einmal zur Sicherheit. Könnte ja sein, dass sich hier eine Batterie verbirgt oder sowas. So, aber da ist nichts. Hast du vielleicht eine? Bitte sei vorsichtig, Harriet. Ach, danke für den tollen Tipp. So. Hieß die Emma? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ihr Name wurde nur einmal genannt. Ah, okay. Da ist schon wieder eine Kette vor. Also. Da kommen wir nicht lang. Okay. Ich weiß nicht mehr, welche abgesperrt waren hier. Okay, die Tür geht nicht auf, weil da wieder was drum gewickelt ist. Hier waren wir drin. Da waren wir auf jeden Fall auch. Ach so, ja. Da haben wir immer noch kein Licht. Oh Gott. Können wir das hier vielleicht öffnen? Nee, das geht nicht. Die gehen auch nicht. Ich glaube, vielleicht müssen wir tatsächlich noch mal eins höher. Vermute ich fast. Dass wir hier lang müssen. Okay, schauen wir uns mal um. Ah, Klassenzimmerschlüssel benutzt. Okay, was ist das da? Ein, ach so, das ist so ein, ja, ein Stock im Grunde. Den benutzt man halt an der Tafel, um auf was zu zeigen. Hm, wozu können wir den denn benutzen? Viele verschiedene Mathe- und Wissenschaftslehrbücher sind in diesem Regal. Was haben wir hier noch? Eine Menge steht hier geschrieben. Lesen? Ja. Es gab eine Menge Gerüchte unter den Schülern in letzter Zeit. Angeblich, in den späten Abendstunden, haben Leute eine seltsam geformte Figur gesehen, die an manchen der Fenster steht. Darüber hinaus haben manche gesagt, dass man die Geräusche von jemandem hören kann, der im Inneren schreit. Natürlich habe ich am Anfang nichts davon geglaubt. Es war ja wohl gegeben, dass einfach jemand Angst hatte und paranoid wurde nach allem, was geschehen ist. Aber nun weiß ich wirklich nicht mehr, was ich davon halten soll. Letztens habe ich etwas getrunken mit Sam. Er erzählte mir, dass er auf der Nachhausefahrt von seiner Grabschicht, wie nennt man das, von seiner Friedhofsschicht in der Nacht zuvor, jemanden im obersten Stockwerk der Schule am Fenster hatte stehen sehen. Das ist aber auch ein langer Satz gewesen eben. Sam war niemals der Typ, der irgendwelchen Blödsinn erzählt. Also zweifle ich nicht an, was er da gesagt hat. Und wenn ich bedenke, zu welcher Uhrzeit er behauptet, ihn gesehen zu haben, dürfte wohl auch niemand anderes in dem Gebäude gewesen sein. Nicht einmal der Hausmeister. Wenn das, was Sam dort sah, nicht nur ein Trick, also ein Trick, wie sagt man das, nicht nur eingebildet war, dann bedeutet das, dass tatsächlich jede Nacht irgendjemand durch die Schule wandert? Aber wenn das wahr ist, was zur Hölle sind dann diese Geräusche, die die Leute gehört haben? Bam, 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 ba-la-la-la-la, was ist hier los? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wirklich ist ein Verrückter. Das ist meine momentane Vermutung. So, wir haben jetzt diesen tollen Pointer. Meinte sie vielleicht gar nicht, dass sie das nicht benutzen will, sondern dass sie einfach nur nicht rankommt? Ich probiere das mal kurz, ja. Vielleicht war das ja so gemeint gewesen. Nee, okay. Das hätte ich nämlich noch logisch gefunden, weil ich finde, das ist schon sehr hoch positioniert. Das hätte auch ruhig ein Feld tiefer sein können. So, dann gehen wir halt erst mal hoch. Wobei wir für irgendwas diesen Pointer verwenden müssen. Ich weiß nur noch nicht, wofür. Das ist die Bücherei. Aber die Türen sind versperrt. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oh, Klassenzimmerschlüssel benutzt. Oh, 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 oh. Okay, da ist nichts Nützliches drin. Da ist Blut auf dem Boden. Unter dem Schreibtisch nachschauen. Nein, warte kurz. Jetzt. Jetzt, bitte. Oh, du erkennst die Form eines Schlüssels in der Dunkelheit. Danach greifen? Ja. Es ist dir gelungen, bis an den Schlüssel zu gelangen. Blutigen Schlüssel erhalten. Ja, super. Blutiger Schlüssel. Ah, Teachers Lounge. Das ist ja super. Da kommen wir jetzt also hin. Bitte verfolge mich nicht. Ich weiß nämlich auch noch gar nicht, wo wir dann als nächstes hingehen könnten. Um uns zu verstecken. Und scheinbar müssen wir uns ja verstecken. Klassenzimmerschlüssel verwendet und den haben wir jetzt weggeschmissen, weil wir ihn nicht mehr brauchen. Das finde ich in Spielen auch immer geil. Wenn der Charakter ganz genau weiß, dass er diesen Schlüssel nicht mehr wird verwenden müssen. Zum Glück ist er so schlau. Was haben wir denn hier? Ah, ein Stück Papier zwischen den Büchern. Oh, wir sehen uns bald. Ja, danke sehr. Vielleicht kann man sich hier drunter verstecken. Nee. See you soon. Oder? Das ist Teil von einem Rätsel. Ist das schon seltsam geschrieben? Hm. Okay, ich merke es mir mal. Ah, es ist nichts passiert. Das ist ein Wunder. Ich dachte wirklich, jetzt kommt was. Das Radio, ähm, ja. Äh, man hört nur Statik. Ah, wenn du einen Schraubenzieher hättest, könntest du die Batterie entfernen. Damn. Das brauche ich unbedingt. Vielleicht finden wir ja in der Teachers Lounge so etwas. Weil Lehrer haben ja üblicherweise immer Schraubenschlüssel dabei, Schraubenzieher dabei. So, wir speichern einfach mal da drüber. Jetzt muss ich kurz nachdenken, was der Weg dahin ist. Ich glaube, hier lang. Dann müssen wir die Treppe runter und dann links lang. Genau. Und da ist sie. So, blutigen Schlüssel verwendet. Sieht ja nicht so aus, als wenn hier ein Schraubenzieher wäre, aber wir gucken uns um. Hier sind auch nur ein paar Stifte und Bleistifte. Da ist nichts. Da ist ein Stück Papier. Ah, in dem Raum. Das fand ich gleich auffällig, dass die so komisch positioniert sind. Die Tische. Okay, unten links. Das kann ich mir gerade noch merken. Das ist leer. Pechschwarz ist es draußen. Steht da irgendwas? Das sind Notizen über künftige Lehrertreffen. Joa. Okay. Ist wahrscheinlich nicht wichtig für uns. Ähm, dieses Regal ist voller, ähm, nicht Enzyklopädie, Wörterbücher und Lehrbücher. Und hier auch. Okay. Aber wieder nichts zum Verstecken. Das ist ja richtig doof, ne? Ich habe hier jedes Mal Angst, wenn ich aus einem Raum rauskomme. Äh, so. Also unten links. Oh Mann, wo war das jetzt aber? Also auf jeden Fall die ganze Ebene hier lang. Und eins höher. Und dann war das hier unten, glaube ich. Ich glaube das hier, oder? Ja, hier unten. Ja, das sieht aus wie der Ort, der auf dem Papier markiert war. Da ist ein Schlüssel unter dem Schreibtisch. Okay, Flurschlüssel erhalten. Oh nein, für den Flur, von dem ich denke, für den er ist, das ist nicht gut. Eigentlich wollen wir da nicht hin. Ah. Ah. Genau, für eine Doppeltür in der Schule. Ich denke, das wird die Doppeltür sein, wo wir halt den Typen schon einmal gesehen hatten. Als Umre... Hi, hi. Oh, oh. Alles gut. Alles gut. Ach so, das könnte es auch sein, oder? Okay, das ist aber versperrt. Das ist es nicht. Oh Mann, wieso hat mich das jetzt... Wieso wollen die mich gerade erschrecken? Was soll denn das? Geht es ihm gut? Also, naja, den Umständen entsprechend? Ja, ich bin vorsichtig. Ich mache hier ja alles. Ich wurde hier mit hineingezogen und jetzt muss ich alles erledigen, alleine. Das ist auch echt unfair. So. Und dann hier lang. Okay. Tatsächlich. Oh Gott, ich will da gar nicht lang. Ah, alter. Also, was haben wir denn hier? Hm, der Kunstraum. Okay, das ist so, ne? Leer halt. Wir gucken uns alles einmal an. Ist alles weiß. Ist leer, leer, leer. Da ist eine alte Zeitung. Oh, Lehrer vermisst. Marina Lilly, 25, wurde zuletzt gesehen in der Nacht des 16. Januars. In der regionalen High School, an der sie tätig ist. Sie hatte anderen Fakultätsmitgliedern erzählt, dass sie noch länger bleiben würde, um mit der Arbeit abzuschließen. Aber am nächsten Tag erschien sie nicht zum Unterricht der ersten Stunde und keiner konnte sie kontaktieren. Schnell fand man heraus, dass ihr Vehikel, also ihr Auto, sich immer noch auf dem Parkplatz der Schule befand. Außerdem konnte man in der Nähe eine kleine Menge Blut entdecken. Die Polizei glaubt, dass jemand sie möglicherweise attackiert hat, während sie nachts auf dem Weg zu ihrem Auto war. Bedauerlicherweise gibt es nichts, also keinerlei Hinweise darauf, wo Lilly sich befinden könnte oder ihr Angreifer. Ja, die Polizei hat nicht bestätigt, ob dieser Zwischenfall etwas mit dem Verschwinden von zwei jungen Mädchen zu tun hat, die Schülerinnen an der gleichen Schule waren. Letztes Jahr ist das passiert. Ja, jeder, der irgendwelche Informationen zu diesem Fall hat, soll sich bitte melden. Vielleicht ist das dieser Typ, vielleicht hat der die alle attackiert und entführt und so. Da ist nichts drin. Das sind Bilder von Schülern, die hier ausgestellt werden. Da sind ein paar Kunst, ja, ein paar Stifte und sowas. Das ist alles? Kann ich nichts davon mitnehmen? Das ist ja so. Ups. Okay, aber hier ist ja noch ein Weg. Oh, tatsächlich. Surprise. Oh nein. Ich will nicht. Okay. Home EC Equipment. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ähm, wahrscheinlich kochen, ne? Momentan habe ich am Ofen nichts zu schaffen. Ach, da unten rechts bestimmt. Das ist unser nächster Schrank zum Verstecken. Okay. Was ist hier? Oh, okay. Die Antwort befindet sich im Männerklo. Ist ja lustig, okay? Hier ist auch Home EC Equipment. Also ab zur Männertoilette, hm? Und hier ist wieder genug Platz? Ah, oh, fünfstellig. Ach, dann ist da wahrscheinlich die Antwort auf diese Kombination. Und was haben wir hier noch? Ein paar Papiere auf dem Schreibtisch. Eins ist besonders auffällig. Forty-six. Was? Fifteen? Forty... Ach so. Hä? Soll das die Lösung schon sein? Forty... Forty-six. Also... Forty... Ne, Moment. Forty-six und... Fifteen. Echt? Das wäre jetzt aber ein bisschen easy, oder? Ich probiere es mal aus. Äh, sorry. Forty... Six und... Fifteen. Ne, das ist nicht korrekt. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich gucke nochmal. Würde aber schon gehen, ne? Würde passen. Forty-six und... Ach so. Passt ja gar nicht, Fifteen. Moment. Aber welches ist es denn? Jetzt muss ich kurz nachdenken. Thirteen, nein. Fourteen, sixteen... Ne, sixteen. Seventeen. Eighteen. Nine. Nineteen. Ah, okay. Neunzehn. Ah, das war ja blöd. So. Yay! Voller Bücher. Oben drauf befindet sich ein Schlüssel. Oh nein, der Schlüssel zum Keller. Nein, du brauchst hier nichts weiter. Hm, ich will nicht. Ich will nicht in den Keller, aber ich muss wohl. Ähm. Aber wir können auch noch auf den Männerklo gucken. Aber vielleicht ist das auch nur ein Witz gewesen. Ich weiß es nicht. So, die sind auf jeden Fall zu. Wir wurden gar nicht mehr verfolgt, ne? Ich kann nicht behaupten, dass ich das schrecklich finden würde, nicht verfolgt zu werden. Momentchen mal. Wo waren denn die Männerklos? Oder Toiletten, sorry. Männerklos. Äh. Hier. Da. Was ist das? Überraschung. Richtig, richtig. Das war fies. Das war ja gemein. Das war eine Falle. Das finde ich aber mal erfrischend. Das war also wirklich nur dazu da, um uns in eine Falle zu locken. Ist ja fies. So. Ähm. Was? Was hatten wir jetzt zuletzt gesammelt? Moment. Basement Key, genau. Wir brauchen ja immer noch irgendwie eine zweite Batterie. Und wir brauchen einen Ort, an dem wir diesen Pointer benutzen können. Oh Gott. Es sind so viele Wege. Okay, die Tür ist versperrt. Hier geht's aber auf. Aber hier ist nichts. Da ist nichts außer Staub. Ach, da ist ein Schlüssel. Mann, der war aber winzig. Ah, für die Bücherei. Okay. Die war oben irgendwo, oder? Ein Stück Papier auf dem Boden. Memo des Hausmeisters 4. Da dies der Fall war, gab es nicht viel mehr, was ich tun konnte, als ein paar Fallen auszulegen an den Öffnungen der Ventilationsschächte. Als ich dann in den Keller ging, fiel mir auch auf, dass ein paar Geräusche aus dem alten Lagerraum drangen. Es wäre möglich, dass einige der, also es handelt sich nicht nur um Insekten, er meint allgemein irgendein Befall halt, dass sich dort einige eingenistet haben. Wenn nur jemand, wenn nun, ach so, wenn nur nicht dieser jemand den Schlüssel verloren hätte, den verdammten, dann könnte ich da rein und die loswerden. Aber zum Glück gibt es sonst nichts Wichtiges da drin. Andernfalls müsste ich tatsächlich die Tür einreißen, um hinein zu gelangen. Die Tür einreißen, um hinein zu gelangen. Ja, uns steht diese Möglichkeit nicht offen. Nein, 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 ich weiß nicht, ob ich mich hier nochmal verstecken kann. Nee, das geht nicht, der ist umgefallen, der Schrank. Ich weiß überhaupt nicht. Oder steht auch Dead End. Ich habe keinen Plan, wo ich mich verstecken soll. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Das war übel. Ich habe keinen Plan, wo wir uns verstecken sollen. Oh nein, wir sind hier. Okay, ich würde dann fast sagen, ich mache hier einfach den Cut. Ich laufe dann schon mal bis dahin, kurz vor der Verfolgungssequenz. Vielleicht müssen wir ja doch in diesen Schrank hier oben. Muss ich mir aber den Weg merken, damit wir bis dahin kommen. Gott, das ist ja ein ewig. Naja, nee, ist gar nicht so weit. Das geht eigentlich. Moment, wir probieren das mal schnell aus. Das will ich jetzt eigentlich wissen, weil wenn das nicht geht, muss ich mir noch weiter Gedanken machen, wo wir lang müssen. Das ist gar nicht so einfach. Hauptsache, ich kriege jetzt die Fluchtsequenz auch hin. So, das lesen wir kurz, weil das ist wahrscheinlich wichtig, es gelesen zu haben. Okay. Ich hasse es so sehr. Es ist echt gruselig. Oh, es ist so knapp. Oh, ups. Okay. Wir probieren das jetzt nochmal, ne? Da müsst ihr jetzt durch. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Das ist aber auch schnell. Da muss man schon fast jede Bewegung korrekt machen, sonst hat man Pech gehabt. So. Also, nochmal bitte den Schlüssel. Und bitte nochmal. So. Und verwirrend ist auch immer, dass die Richtung sich verändert. Da komme ich schon ein bisschen durcheinander, wie hier. Oder jetzt muss ich ja unten drücken und nicht oben. Oh. Ah, ne, hier ist es nicht. Aber er kommt hierher. Ah, nein. Okay, das ist es auf jeden Fall nicht. Da muss ich mal noch nachdenken, wohin wir wohl laufen müssen. Aber das finde ich schon noch heraus. Na gut, ihr Lieben. Also, dann bis zur nächsten Folge von Turtlehead. Dann bis dann. Ciao, ciao.